Lea, Tochter des Waldes Vor vielen, vielen hundert Jahren, da gab es einmal eine Zeit, in der fühlte sich Mutter Erde sehr einsam und eine große Leere machte sich in ihrem Herzen breit. Sie sehnte sich danach, Leben zu schenken und etwas wachsend zu sehen. Und so ließ sie mitten im Ödland einen riesigen Wald entstehen, der war so üppig und voller Leben, dass die Menschen ihn das grüne Herz von Mutter Erde nannten. Uralte Baumriesen bildeten mit ihrem Blätterdach ein smaragdgrünes Gewölbe, in dem unzählige Vögel, Eichhörnchen und andere Tiere ihr Zuhause fanden. In den glasklaren Flüssen und Bächen wimmelte es nur so vor Leben, und zwischen den Baumsäulen wanderten majestätische Hirsche umher. Der Wald beschenkte seine Bewohner reichlich zu jeder Jahreszeit. Auf den Lichtungen wuchs ein Teppich von Blumen und Heilkräutern, und im Sommer hingen die Äste der Büsche schwer mit Beeren. Kam der Herbst, so blitzten überall zwischen den Baumwurzeln die bunten Kappen der Pilze hervor, die ihren herben Duft im ganzen Wald verströmten. Und selbst im Winter verbargen sich unter der Schneedecke noch allerlei Köstlichkeiten. Bald schon wurden die Menschen auf dieses grüne Paradies aufmerksam, und immer mehr von ihnen zogen in den Wald. Mutter Erde hatte diese sanften, guten Wesen sogleich in ihr Herz geschlossen. Sie lebten in hübschen kleinen Hütten überall verstreut im Wald, achteten seine Gesetze und lebten im Einklang mit den Tieren. Ihr Leben war einfach, bestimmt vom Rhythmus der Natur und ihrer Hände Arbeit. Sie hackten Holz, sammelten, was der Wald hergab, und bestellten ihre Gärten. Dabei waren sie stets fröhlich und guter Dinge, und Mutter Erde sorgte dafür, dass sie niemals Hunger leiden mussten. Sie liebte es besonders, wenn fröhliches Kinderlachen durch den Wald schallte, staunte immer wieder über den Einfallsreichtum der Menschen, wie sie sich täglich ihr Leben leichter machten und an ihren Aufgaben wuchsen. Doch eines Tages verließen die Menschen den Wald. Auf der Suche nach einem leichteren, bequemeren Leben versammelten sie sich alle an einem Ort, bauten kleine, enge Häuser, in denen sie fortan lebten, und gingen arbeiten. Nun hatte niemand mehr Zeit, durch den Wald zu streifen und mit den Tieren zu spielen, und bald geriet der Wald in Vergessenheit. Ein paar Jahre lang hoffte Mutter Erde, die Menschen würden zu ihrem Wald zurückkehren. Aber als die Wege überwucherten und die Hütten verfielen, gab sie die Hoffnung auf, und die alte Leere kehrte in ihr Herz zurück. Mit einem Mal wünschte sie sich nichts sehnlicher als ein Kind. Ein Jahr ums andere ging ins Land, und der Wunsch wurde immer stärker. Eines Nachts, als der Mond voll und rund am Himmel stand, fiel einer seiner Strahlen auf eine Felsspalte, und plötzlich lugte dort ein leuchtender, kleiner Sprössling zwischen dem Moos hervor. Er wuchs und wuchs die ganze Nacht hindurch. Zuerst erschien ein brauner Lockenschopf, dann Augen so grün wie das Blätterdach des Waldes, Lippen so zart wie ein Blütenblatt. Mehr und mehr kamen aus dem Boden hervor, bis auch zwei kleine Füßchen zu sehen waren, noch fest im Boden verwurzelt. Als die Sonne aufging, fielen ihre Strahlen auf ein wunderschönes kleines Mädchen, das so leicht und zart war wie eine Elfe. Da lösten sich die Wurzeln von ihren Füßen, und sie sprangen fröhlich in den Wald hinein. Der war fortan ihr Zuhause. Das kleine Mädchen nannte sich selbst Lea, denn sie war eine Tochter des Waldes. Sie spann sich ein Kleidchen aus Spinnweben, das im Morgentau glänzte, als sei es mit Perlen besetzt. Im Winter trug sie ein Pelzmäntelchen, für das ihr jedes Tier im Wald ein Stück seines Fels geschenkt hatte, denn alle liebten sie das kleine Mädchen, das stets gut zu ihnen war und ihre Sprache beherrschte. Somit hatte Lea einen ganzen Wald voller Freunde und war niemals einsam. Ihr Zuhause war eine hohle Eiche, die hatte sie sich gemütlich eingerichtet, gerade so wie eine Stube. Und wenn sie des Nachts in ihrem Bettchen lag, so hörte sie die Stämme von Mutter Erde im Rauschen der Zweige, die ihr stets die schönsten Gute-Nacht-Geschichten erzählte, und sie tröstete, wenn sie einmal traurig war. Aber traurig war Lea nicht oft. Nur manchmal wünschte sie sich, es gäbe noch andere wie sie, Menschenkinder, die auch auf zwei Beinen daherkamen und so dachten und fühlten wie sie. Einmal, als Lea mit den Hasen und Rehkitzen fangen spielte, geriet sie in den verbotenen Teil des Waldes, in den sie noch niemals einen Fuß gesetzt hatte. Hier lichteten sich die Bäume, und plötzlich lag ein offenes Feld vor ihr. In der Ferne erspähte sie die roten Dächer der Stadt, und vom Kirchturm drang das Läuten der Sonntagsglocke herüber. Was ist das alles? wollte Lea wissen. Das ist eine Stadt, antwortete das Rehkitz. Dort leben viele Menschen. Ein sehr gefährlicher Ort. Den Tieren war unbehaglich zumute. So nah am Waldrand waren sie noch nie gewesen. Aber Lea horchte auf. Menschen, sagst du? Du meinst solche wie mich? Neugierig trat sie aus dem Schutz des Waldes hinaus. Die Tiere wagten nicht, ihr zu folgen. Lass uns umkehren, rief das Rehkitz. Mutter Erde hat uns verboten, den Wald zu verlassen. Es ist viel zu gefährlich da draußen. In der Ferne wurde plötzlich ein großer Holzkasten sichtbar, der sich schwankend auf sie zubewegte und auf dem sonnigen Feldweg eine Staubwolke hinter sich herzog. Schnell, versteckt euch! riefen die Hasen, und eins, zwei, drei waren die Tiere im Wald verschwunden. Lea kletterte eine alte Eiche hinauf und spähte durch das dichte Laub auf den Weg hinunter. »Pferde!« rief sie begeistert, als sich der Holzkasten näherte. »Scht!« zischte plötzlich ein Eichhörnchen neben ihr. »Das da unten ist eine Kutsche! Da können jederzeit Menschen herauskommen! Sei ja vorsichtig!« flüsterte es und huschte weiter den Baumstamm hinauf, wo es sich in seinem Kurbel versteckte. Die Kutsche holperte und polterte nun den steinigen Weg hinab. Gerade unter Leas Eiche blieb schließlich eines der Räder in einer Kuhle stecken. Die Pferde zogen und zerrten, aber nichts ging voran. Da holte der Kutscher aus und ließ seine Peitsche knallen. Die Pferde erschraken und bäumten sich auf. Dabei brach die Deichsel, die Pferde kamen frei und stürmten ängstlich auf und davon. Lea sprang vom Baum herab und landete auf dem Weg, direkt vor dem völlig verdutzten Kutscher. »Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben!« rief sie empört. »Wie könnt ihr nur die armen Tiere schlagen?« Da öffnete sich die Kutschentür und zwei spitze, leuchtend gelbe Schuhe kamen zum Vorschein. Es folgte ein schickes, gelb gerüschtes Kleid, in dem ein Mädchen steckte, etwa ein oder zwei Jahre älter als Lea. Ihr folgte ein zweites Mädchen, das ein ebenso schickes, rotes Kleid trug. »Johann, warum haben wir angehalten? Was soll dieser Tumult?« rief das Mädchen im gelben Kleid. Sie hielt überrascht inne, als sie Lea vor sich stehen sah. »Oh! Wer bist denn du?« Lea verschlug es vor Staunen fast die Sprache. »Ich, äh, ich bin Lea. Und wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was macht ihr hier?« »Ich bin Mona«, erklärte das Mädchen im gelben Kleid. »Und das ist meine Schwester Ina. Wir kommen aus der Stadt. Eigentlich wollten wir nur eine kurze Sonntagsspazierfahrt machen, aber jetzt sitzen wir hier fest«, stellte Mona bekümmert fest. »Vater wird bestimmt furchtbar ärgerlich, wenn wir nicht pünktlich zurück sind«, seufzte Ina. Leas Augen leuchteten auf. »Seid unbesorgt! Ich will die Pferde schon zurückholen«, sprach sie, und schon war sie auf und davon. Es dauerte nicht lange, da kam Lea zurück. Beide Pferde trotteten ruhig hinter ihr her, ohne dass Lea sie festhalten musste. Sie stellten sich zufrieden neben die Kutsche und begannen zu grasen. »Wie hast du das nur gemacht?«, fragten die beiden Mädchen verwundert. »Ich musste ihnen versprechen, dass der Kutscher sie nie wieder schlägt.« Lea schielte vorwurfsvoll zum Kutscher hinüber. Der zwinkerte ihr freundlich zu und bekreuzigte sich. »Ehrenwort!« Dann kletterte er vom Kutschbock herab und machte sich daran, die gebrochene Deichsel zu reparieren. Die Mädchen holten eine Decke aus der Kutsche hervor, breiteten sie aus und machten es sich darauf bequem. »Und was machen wir jetzt?«, fragte Ina ihre Schwester. »Ich hab solchen Hunger und das Sonntagsbuffet werden wir nun verpassen.« Lea grinste fröhlich. »Einen Moment, ich bin gleich zurück.« Wieder sprang sie davon und kam mit einem Körbchen in der Hand zurück. Das war gefüllt mit Äpfeln, Nüssen und allerlei Beeren. Sogar ein Bärlauchbrot und ein kleiner Kuchen waren dabei. Die hatte sie selbst gebacken. Die Mädchen und der Kutscher langten zu und hatten ihre helle Freude an den Köstlichkeiten. Mona sah sich staunend um. »Sag, das hast du alles selbst gesammelt und gebacken?« Lea nickte stolz. »Und woher kommt dieses wunderhübsche Kleid, das du trägst?« »Noch nie habe ich so etwas Schönes gesehen«, rief Ina. »Auch das habe ich selbst gemacht.« »Aber Kind, sorgt denn keiner für dich?«, fragte der Kutscher. »Oh doch«, rief Lea, »Mutter Erde sorgt stets gut für mich, so gut, wie es nur eine Mutter kann.« Mona und Ina tauschten einen mitleidigen Blick. »Aber ein Kind wie du braucht eine echte Mutter und einen Vater und ein Zuhause«, warf Mona ein. »Aber ich habe doch ein Zuhause«, und Lea erzählte ihnen von ihrer Stube im Baum, von den flüsternden Zweigen und ihren Freunden den Tieren. »Du bist ein seltsames Mädchen«, rief Mona lachend. Lea blickte beschämt zu Boden. Sie hatte immer gedacht, sie sei gut so, wie sie war. »Es war ja noch nie in den Sinn gekommen, dass man überhaupt anders sein konnte.« Mona sah ihren betrübten Blick und schlang ihre Arme um sie. »Aber ich mag dich. Bitte, komm doch mit uns. Du kannst bei uns bleiben. Vater und Mutter haben sicherlich nichts dagegen. Wir können dir die Stadt zeigen, und du bekommst ein richtiges Zuhause.« Lea zögerte. Es klang verlockend, ein Leben unter anderen Menschen, ein Abenteuer in der großen, unbekannten Stadt. Aber ihren Wald und Mutter Erde dafür verlassen? »Du glaubst ja nicht, wie schön es in der Stadt ist«, versuchte Ina, sie zu überzeugen. »Die Betten sind so weich wie eine Wolke. Im Winter ist das Haus immer warm, und erst das Badewasser. Hast du schon jemals ein warmes Bad genommen?« Nachdenklich schüttelte Lea den Kopf. »Ja, und all die schmucken Menschen, die es in der Stadt zu sehen gibt. Einer schicker als der andere. Auch ein paar hübsche Jungs sind dabei«, rief Mona und zwinkerte Lea zu. »Und dann erst die Bälle«, schwärmte sie. »Was meinst du?«, fragte Lea erstaunt. »Das sind festliche Abende, an denen man sich trifft, um zu tanzen. Es gibt die tollsten Speisen, Musik spielt den ganzen Abend, und alle kommen in ihren schönsten Kleidern«, erklärte Ina. »Oh, das klingt zauberhaft!« Lea war hin und weg. »Dann kommst du also mit uns?«, rief Mona aufgeregt und sprang auf. Lea blickte zögernd zurück in den Wald. Hinter einem Baumstamm lugte das Rehkitz hervor und sah sie mit traurigen Augen an. Doch dann sah sie die beiden Mädchen, die sie erwartungsvoll anstrahlten. »Also gut, ich komme mit!« Ina und Mona fielen ihr jubelnd um den Hals. Da kam Johann auf sie zu. »Wenn die jungen Damen nun einsteigen würden, die Kutsche ist repariert!« Lea stieg ein und setzte sich zwischen die beiden Mädchen. Ihr Herz klopfte ihr bis zum Hals, als die Kutsche sich ruckelnd in Bewegung setzte und sie fortfuhr, hinein in ein völlig neues, aufregendes Leben. Als sie durch das Stadttor fuhren, fühlte sich Lea, als hätte sie ihr ganzes Leben unter einer Glasglocke verbracht, die nun mit einem heftigen Ruck gelüftet wurde. Es war laut und bunt und ein heilloses, wunderbares Durcheinander. Pferde und Wagen kleppklappten über das Kopfsteinpflaster, vom Marktplatz drang das Geschrei der Verkäufer herüber und eine Rasselbande von Kindern lief laut lachend an ihrer Kutsche vorbei. Vor dem Laden des Gewürzhändlers stand ein Turm von Holzkisten, gerade aus dem Orient angekommen, die verströmten einen fremdartigen, geheimnisvollen Duft. Im Schaufenster der Schneiderei waren wunderschöne Kleider zu sehen und auf den Straßen trugen die Frauen noch schönere Kleider spazieren. Lea staunte, mit welcher Eleganz und Grazie die Damen die Straßen entlang schritten, gefolgt von einem Schwarm schicker Männer im Frack und Zylinder, die aus der Ferne aussahen wie Krähen. Schließlich hielt die Kutsche vor einem prächtigen Patrizierhaus, weiß getüncht mit schwarzem Fachwerk und vielen kleinen roten Fensterläden. Die Erkertürmchen an jeder Seite ließen es aussehen wie ein kleines Schloss und ein verschnörkeltes, hölzernes Tor ließ nur vermuten, wie kunstvoll das Haus eingerichtet sein musste. Es war das Haus der Familie Goldmann. Staunend sprang Lea aus der Kutsche heraus und ihre nackten Füße landeten hart auf dem kalten Kopfsteinpflaster. »Autsch!« rief sie überrascht. Ina sah skeptisch an ihr herunter. »Als erstes müssen wir dir Schuhe beschaffen. Barfuß kannst du in der Stadt nicht laufen und du brauchst etwas Vernünftiges anzuziehen.« Die Mädchen nahmen Lea bei der Hand und stürmten mit ihr ins Haus hinein, direkt in den Speisesaal, wo ihre Eltern gerade vom Tisch aufstanden. »Ihr seid zu spät! Wir haben das Frühstück gerade beendet!« tadelte der Vater. »Das macht gar nichts! Wir haben bereits gegessen!« rief Mona vergnügt. »Sieh nur, Vater, was wir aus dem Wald mitgebracht haben!« Sie trat zur Seite und gab den Blick auf Lea frei, die sich hinter ihr versteckt hatte. Die Mutter schnappte nach Luft, als sie das kleine Mädchen sah, barfuß mit wirren Locken und in einem ärmlichen Kleidchen. »Aber Kind, wo kommst du denn her?« Voller Mitleid strich sie ihr übers Haar. Lea wurde unbehaglich zumute. »Warum behandelte sie jeder so, als hätte sie großes Leid ertragen?« »Sie war doch immer glücklich gewesen!« Mona und Ina erzählten ihren Eltern, was sich im Wald zugetragen hatte. »Bitte, Vater, bitte, Mutter! Kann Lea bei uns bleiben?«, fragte Mona schließlich. Die Eltern sahen sich unsicher an, die Mutter zuckte mit den Schultern. »Fürs erste Jahr!«, antwortete der Vater. Die Mädchen jubelten und sausten wie der Wind hinauf in Monas Zimmer. »Aber sorgt dafür, dass sie ordentlich gekleidet wird!«, rief ihnen die Mutter hinterher. Das ließen sich die Mädchen nicht zweimal sagen. Mona hatte große Freude daran, Lea ein Kleid nach dem anderen aus ihrem Schrank überzustreifen, bis sie schließlich rief, »Das ist es!« Nun trug Lea ein cremefarbenes Kleid, bestickt mit zarten Rosarosen und vielen hübschen Rüschen. Trotzdem fühlte sie sich wie gefesselt. Der Stoff war dicht und schwer, kein Luftzug ging hindurch. Das Kleid war eng um ihre Brust geschnürt und bis zum Hals zugeknöpft. Hinzu kamen die Unterröcke, die sie beim Gehen störten. Aber Mona war begeistert. »Sieh dich nur an, wie eine Feenkönigin!«, rief sie, und zog Lea vor den Spiegel. Es war das erste Mal, dass Lea ihr Spiegelbild sah. Staunend trat sie näher, schaute sich selbst in die Augen, nahm ihre zarten Lippen wahr, die rosigen Wangen und das wilde, ungestüme Haar, das der Wind liebkost hatte. Ein Lächeln machte sich auf ihren Lippen breit. Ihr gefiel, was sie da sah. »Das bin ich!«, flüsterte sie zufrieden. Dann kam Ina aus ihrem Zimmer und brachte ein paar Schuhe, das den ihren glich, aber die gleiche Farbe hatte wie Leas Kleid. »Hier, probier die mal an!«, rief sie. Mona hob überrascht die Augenbrauen. »Sie muss dich wirklich mögen! Ihre Schuhe hat Ina noch nie mit jemandem geteilt!«, flüsterte sie Lea ins Ohr. Ehrfurchtsvoll schlüpfte Lea in die Schuhe hinein. Aber, oh Graus! Sie drückten und zwickten und schon nach ein paar Schritten waren ihren kleinen Zehen ganz wund. »Die brauchst du, damit du dir draußen auf dem harten Pflaster nicht wehtust!«, erklärte Ina. »Und sie sehen schick aus!« »Aber mir tun die Füße in den Schuhen nur noch viel mehr weh!«, klagte Lea. »Ach!«, wengte Ina ab, »daran wirst du dich schon noch gewöhnen! Und außerdem, dafür gibt es ja die Kutschen!« »So weit wie im Wald wirst du hier gar nicht laufen müssen!«, fügte sie hinzu. Lea seufzte. »Hm, eigentlich bin ich immer gerne gelaufen!« Mona setzte sie wieder vor den Spiegel. »So, jetzt sind die Haare dran!«, sagte sie und begann Leas Haare zu bürsten. Das ruckte und ziepte, bis Lea die Tränen in den Augen standen. Dann werkelte Mona weiter an Leas Haaren herum, bis diese zu zwei dicken Zöpfen geflochten waren, die sie nun eindrehte und hochsteckte. »Na, was sagst du?«, fragte Mona stolz. Lea betrachtete sich zurückhaltend im Spiegel. Sehr elegant sah sie nun aus, aber alles zwickte und war unbequem. Sie fühlte sich so steif wie ein Stock. Schließlich wischte Mona ihr noch mit einer Puderquaste durchs Gesicht und Lea musste heftig niesen. »Hatschi!« »Jetzt bist du präsentabel!«, lobte Mona ihr Werk. Als Lea wieder in den Spiegel schaute, erstarrte sie vor Schreck. Nun sah sie gerade so aus wie die Porzellanpuppe, die auf Monas Bett saß. »Kinder, es ist Zeit für die Kirche!«, halte die Stimme der Mutter durchs Haus. »Wofür?«, fragte Lea verwirrt. »Du kennst die Kirche nicht?«, rief Ina entsetzt. »Das ist ein Ort, zu dem wir gehen, um unserem Schöpfer zu danken. Dann betet man zum lieben Gott, um ihm zu beweisen, dass man ein guter Mensch ist und es verdient, eines Tages nach dem Tod ins Paradies zu kommen.« Lea überlegte kurz. »Dann war für mich wohl immer der Wald eine Kirche. Dort habe ich jeden Tag Mutter Erde dafür gedankt, was für wunderbare Dinge sie erschaffen hat. Den ganzen Tag habe ich dort mit ihr gesprochen.« Mona sah sie besorgt an. »Sag das bloß nicht zu laut, sonst bekommst du einen Riesenärger. Es gibt nur den einen Gott. Keinen anderen darf man anbeten, sonst wird er furchtbar wütend und bestraft dich dafür.« Leas Gesicht wurde vor Angst kreidebleich. »Aber ich habe ja bis gerade eben nicht einmal gewusst, dass es solch einen Gott gibt. Meinst du, er ist sehr böse auf mich?« »Bestimmt nicht«, versuchte Mona, sie zu beruhigen. »Wenn du von heute an immer mit uns in die Kirche gehst, kannst du ihm sicherlich beweisen, dass du ein guter Mensch bist.« So fuhr Lea also mit zur Kirche, folgte aufmerksam dem Gottesdienst und ging mit Mona und Ina in die Sonntagsschule, um all die Regeln zu lernen, denen sie fortan folgen musste. Tags darauf ging es weiter, denn nun sollte Lea mit Mona und Ina den Unterricht besuchen und lesen und schreiben lernen. Der Hauslehrer schlug seine Hände über dem Kopf zusammen, als er hörte, dass Lea noch nie in der Schule gewesen war. »Aber Kind, dann hast du ja in deinem Leben noch nichts Nützliches gelernt.« »Aber doch«, rief Lea überrascht, »ich habe gelernt, welche Pflanzen man essen kann und welche nicht, welche Kräuter Krankheiten heilen, wie sich der erste Schnee ankündigt, wie man ein Feuer macht und woran man erkennt, dass ein Gewitter aufkommt.« »Genug«, rief der Hauslehrer und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Hexenwerk! Das ist alles Hexenwerk! Davon darfst du nie widersprechen, Kind! Man hat Menschen schon für weniger verbrannt, als das, was du gerade berichtet hast.« Voller Entsetzen senkte Lea den Kopf und steckte ihre Nase in ihr Buch. Für den Rest des Tages kam ihr nicht ein Wort über die Lippen. So ging es einige Wochen weiter. Lea hatte die Familie Goldman schnell in ihr Herz geschlossen. Mona und Ina waren ihr tolle Spielgefährtinnen. Die Mutter war sanft und schenkte ihr so viel Liebe wie ihren eigenen Kindern. Und der Vater las Lea und den Mädchen jeden Abend die tollsten Geschichten vor, von Abenteurern in fernen Ländern, die brachten Lea zum Träumen. Sie wollte die Erwartungen der Familie so gern erfüllen, also strengte sie sich furchtbar an, alles zu lernen, was man wissen musste, um in der Stadt zurechtzukommen. Hier durfte man sich die Dinge, die einem gefielen, nicht einfach nehmen. Man musste dafür bezahlen. Mit goldenen, runden Talern. Und die bekam man für seine Arbeit. Und um eine vernünftige Arbeit zu finden, musste man erst einmal lesen und schreiben können. Lea durfte auch nicht mehr tun und lassen, was sie wollte. Im Unterricht musste sie still sitzen und zuhören. Sie durfte nur sprechen, wenn ihr das Wort erteilt wurde. Sie musste Hausaufgaben machen, Sticken lernen und Klavier üben. Und sie musste immer leise sein. Beim Spielen konnte sie nicht mehr herumtoben, wie sie es im Wald mit den Tieren getan hatte. Einmal war sie mit Ina und Mona wild durch das Haus gesprungen und hatte Fangen gespielt. Aber nach kurzer Zeit war Mona völlig aus der Puste gewesen, musste furchtbar husten und konnte kaum noch atmen. Schließlich war sie sogar ganz blau geworden im Gesicht, bis der Vater herbeieilte und ihr eine Arznei verabreichte. Lea, du darfst Mona nicht zu solch wilden Spielen anstiften, rief er aufgebracht vor Sorge. Sie ist krank und darf sich nicht zu sehr anstrengen. Also verbrachten die Mädchen viel Zeit auf Monas Zimmer. Dort spielten sie dann mit hübschen Porzellanpuppen in ebenso schicken Kleidern und machten ihnen die gleichen Frisuren wie sich selbst. Bald schon war es Lea furchtbar langweilig und alles kam ihr grau und dröge vor. Eines Tages hielt Lea es nicht länger aus. Beim Abendbrot platzte es aus ihr heraus. Ich muss wieder nach Hause! Sofort verstummte das Klirren des Bestecks und alle sahen sie überrascht an. Aber Kind, das hier ist jetzt dein Zuhause. Hast du uns denn gar nicht gern? fragte die Mutter enttäuscht. Oh doch, widersprach Lea. Aber ich hab solches Heimweh. Ich kann es kaum noch aushalten. Ich vermisse den Wald und die Tiere. Der Vater sah Lea nachdenklich an. Ich kann verstehen, dass hier noch alles fremd und ungewohnt für dich ist. Aber du machst deine Sache doch ganz gut. Du findest dich bestimmt noch ein. Aber gehen lassen können wir dich nicht. Wir haben jetzt die Verantwortung für dich. Du darfst nicht einfach wieder so allein in den Wald ziehen. Lea traten die Tränen in die Augen. Aber Herr Goldmund, ich gehöre doch in den Wald. Nein, du darfst nicht gehen, rief Mona aufgebracht und begann bereits schwer zu atmen. Du, du bist doch meine beste Freundin. Ein Hustenanfall übermannte Mona und die Mutter musste ihr schnell die Arznei reichen. Herr Goldmund starrte besorgt auf seine Tochter. Dann wandte er sich Lea zu. Du gehörst jetzt zu uns und damit basta. Ich will nichts mehr davon hören, rief er, stand auf und verließ mit energischen Schritten den Speisesaal. Lea schluchzte leise. Da legte Mona ihre Arme um sie. Kopf hoch, das wird schon. Du hast ja den Ball noch gar nicht miterlebt. Warte nur ab. Als Lea an diesem Abend in ihrem Bettchen lag, konnte sie lange nicht einschlafen. So sehr tat ihr das Herz weh. Schließlich weinte sie sich leise in einen unruhigen Schlaf und träumte einen düsteren Traum. Ihr Wald, ihr Zuhause, lag im Sterben. So vergingen wieder die Wochen und mit jedem Tag wurde Lea das Herz schwerer. Sie lachte nur noch selten, sprach kaum und starrte oft stundenlang aus dem Fenster. Vor Müdigkeit wurde sie immer blasser, denn sie schlief nur wenig. Und wenn es ihr doch einmal gelang, so sah sie nur die Bilder vom toten Wald vor Augen. Die Mutter machte sich bald große Sorgen. Sieh sie dir nur an, sprach sie zu ihrem Mann. Sie ist schon ganz krank vor Heimweh. Wir müssen etwas tun. Herr Goldmund überlegte kurz. Wir sollten einen Ausflug machen. Lass uns doch mit der Kutsche hinausfahren und einen Tag im Wald verbringen. Vielleicht kommt sie dann wieder zu Kräften. Das ist eine gute Idee. Lea war außer sich vor Freude, als sie hörte, dass sie bald wieder bei ihren Freunden sein würde. Allerdings erst in zwei Wochen, denn vorher liefen die Vorbereitungen für den Sommerball auf Hochtouren. Das Wichtigste beim Tanzen ist Grazie, begann die Gouvernante die erste Tanzstunde der Mädchen. Kinn hoch, Brust raus, Schultern zurück und lautlos schreiten. Sie machte es dem Mädchen vor, wobei sie ein Buch auf dem Kopf balancierte und mit einer koketten Hüftbewegung ihr Kleid zum Schwingen brachte. Sie sieht aus wie ein Pfau auf der Balz, flüsterte Lea und die Mädchen kicherten leise. Du, rief die Gouvernante und deutete auf Lea, anfangen. Sie rückte Lea zurecht und drückte ihr das Buch auf den Kopf. Es dauerte keine zwei Schritte, da war Lea schon über ihr Kleid gestolpert, das Buch flog in hohem Bogen davon, knallte in den Kasten mit Besteck, das zum Polieren draußen stand, und Lea, Buch und Besteck landeten mit lautem Getöse auf dem Boden. Die Mädchen hielten sich den Bauch vor Lachen. Unmöglich, dieses Kind, rief die Gouvernante kopfschüttelnd. Sie wagte noch einen Versuch. Die wichtigste Regel beim Tanzen ist, nicht anfassen. La Distance. Ihr hebt die Hand, tanzt umeinander, aber Männer und Frauen berühren sich. Niemals. Und auch gesprochen wird nicht beim Tanzen. Compris? Lea war verwirrt. Aber wieso tanzt man dann nicht gleich alleine? So macht das doch gar keinen Spaß. Es geht nicht um Spaß, mon dieu, rief die Gouvernante entgeistert. Es geht darum, sich kennenzulernen. Aber wie soll man sich denn kennenlernen, wenn man nicht miteinander sprechen darf? Das verstehe ich nicht. Aufgebracht warf die Gouvernante die Hände zum Himmel. Bei dir, Kind, ist Hopfen und Malz verloren. Doch Lea ließ sich davon nicht stören. Ich kann doch schon längst tanzen. Passt mal auf, bei uns geht das so, rief sie, zog Mona und Ina zu sich heran und gemeinsam hopsten sie im Ringel rein, lachend durch den Saal. Incroyable! Die Gouvernante gab auf und verließ kopfschüttelnd den Saal. Zwei Tage später war es dann endlich soweit. Den ganzen Tag verbrachten die Mädchen damit, sich herauszuputzen und am Abend saßen sie dann fröhlich schnatternd in der Kutsche. Mona und Ina rätselten, welcher der Jungen sie dann wohl zum Tanz auffordern würde. Ach, ich wünschte, Michael würde mich fragen, schwärmte Mona. Weißt du, der Junge, der in der Sonntagsschule immer gegenüber von mir sitzt. Wenn ich sein Lächeln sehe, wird mir immer ganz schwummrig. Lea zog die Augenbrauen hoch. Ist das etwas Gutes? fragte sie verwirrt. Oh ja, säuselte Mona mit verklärtem Blick. Die Mädchen plapperten alle fröhlich durcheinander und kicherten, als sie den langen Flur zum Ballsaal entlang gingen. Es war ein ganz besonderer Ball, eigens für die Kinder. Die Erwachsenen feierten nebenan unter sich. Als die große Saaltür geöffnet wurde, waren die Mädchen plötzlich mucksmäuschend still. Lea beobachtete, wie Mona und Ina den Kopf senkten und leise zur einen Seite des Saals huschten, auf der sich alle Mädchen versammelt hatten. Auf der anderen Seite saßen die Jungen. Alle starrten betreten zu Boden. Neben der leisen Geigenmusik war nur das Getuschel der Kinder und das Rascheln der schicken Kleider zu hören. Lea erkannte die Gouvernante wieder, die von Junge zu Junge schritt, um sie zu überzeugen, ein Mädchen zum Tanz aufzufordern. Aber keiner traute sich. Lea beobachtete, wie Mona immer wieder verlegen zu Michael hinüberschielte. Schließlich wurde es ihr zu bunt. Energisch ging sie auf Michael zu, nahm ihn bei der Hand und zog ihn mit sich. Der Junge wusste nicht, wie ihm geschah, als er plötzlich vor Mona stand. Ein entsetztes Raunen ging durch den Saal. Michael, du musst unbedingt mit Mona tanzen, damit ihr wieder schwummrig wird, rief sie und schob die beiden auf die Tanzfläche. Mona wurde sofort knallrot im Gesicht und wagte kaum, Michael anzuschauen. Aber der lächelte sie nur vergnügt an. Und du tanzt mit Ina, rief sie Michaels Bruder zu und zog auch diese beiden auf die Tanzfläche. Innerhalb weniger Minuten hatte sie alle Jungen und Mädchen einander zugeteilt. Dann huschte sie zu den Geigenspielern und flüsterte ihnen zu, jetzt spielt einmal etwas Fröhlicheres, sonst schlafen hier alle ein. Die Musikanten schmunzelten belustigt, spielten aber ein lebhaftes Stück auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie die Feen tanzen, rief Mona vergnügt und im Nu hielten sich alle Kinder bei den Händen und tanzten lachend im Reigen. So einen Spaß habe ich noch nie gehabt, rief Mona ihr begeistert zu. Es ging immer lauter und wilder zu, bis die Erwachsenen die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Aber Lea war endlich wieder glücklich. Sie fühlte sich leicht und frei, wie sie so durch den Saal wirbelte, immer schneller und schneller, bis sie das Gefühl hatte, dass alle Regeln und alle Pflichten von ihr abfielen und sie endlich wieder nur die fröhliche, lachende Lea war. Sie drehte und drehte sich. Dann wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen. Lea schreckte auf. Ihr Herz raste und kalte Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. Es war finstere Nacht und sie lag in ihrem Bett. Neben ihr schlief Mona tief und fest. Wieder hatte sie der gleiche Traum geplagt wie jede Nacht. Aber dieses Mal fühlte er sich so echt an. Sie war wieder zu Hause gewesen, in ihrem Wald. Aber er lag im Sterben. Die Tiere waren fort, das grüne Blätterdach der Baumriesen ebenso. Viele der Bäume waren morsch und umgestürzt. Der Waldboden war bedeckt mit toten Ästen und vertrocknetem Laub. Alle Pflanzen waren braun und foulten. Die Flüsse waren trüb und schmutzig und kein einziger Fisch schwamm mehr darin. Düstere Nebelschwaden hingen zwischen den Baumgerippen und es herrschte Totenstille im Wald. Dann sah Lea ihren besten Freund, das Rehkitz, auf wackeligen Beinen vor sich stehen. Warum hast du uns nur verlassen? Warum hast du uns das angetan? Sieh doch, alles stirbt, nur wegen dir, klagte es. Dann gaben seine Beine nach und es fiel erschöpft zu Boden. Lea wollte auf das Rehkitz zueilen. Doch da war sie aus ihrem Traum aufgeschreckt. Zitternd warf sie die Bettdecke zurück und sprang aus ihrem Bett. Sie schlüpfte hastig in ihre Kleider, packte ihre Schuhe und schlich sich aus dem Zimmer, vorbei am Bett ihrer schlafenden Freundin. Wehmütig strich Lea ihr über das Haar. Dann war sie auch schon zur Türe hinaus. Es hatte etwas Endgültiges, als das große Tor leise hinter Lea ins Schloss fiel. Sie schaute zurück auf das Haus, das ihr so viele Monate ein Zuhause gewesen war und das voller Lieber Menschen war, die sie nun nie wiedersehen würde. Aber sie wusste nun, dass sie nicht hierher gehörte. Mit einem tiefen Seufzer zog sie sich die Schuhe an und lief los. Ihre Absätze klick-klackten auf dem harten Kopfsteinpflaster durch die Nacht. Dann rannte sie, so schnell sie ihre Beine trugen, zum Stadttor hinaus. Als sie endlich am Waldrand angelangt war, empfing sie eine eigenartige Stille. Der Mond stand voll am Himmel und strahlte hell wie eine Laterne. Sein silbriges Licht zeigte Lea, dass ihr Albtraum Wirklichkeit geworden war. Vor ihr lag ein graues Ödland. Der Wald war tot. Kein einziges Tier war zu sehen, nichts war zu hören. Tote Zweige knackten unter ihren Füßen, als Lea in hastigen Schritten auf den Eichenbaum zulief, der ihr so viele Jahre ein Zuhause und ein treuer Freund gewesen war. Schluchzend warf sie ihre Arme um den Stamm und vergrub ihr Gesicht in der dicken Borke. So blieb sie eine ganze Weile stehen und trauerte um den Wald, ihre Freunde und ihr altes Leben. Schließlich riss sie sich das schicke Kleid vom Leib und die Schleifen aus dem Haar, streifte die Schuhe ab und warf sie wütend von sich. »Es ist alles meine Schuld! Es tut mir so leid!« rief sie schluchzend. Sie hatte nur noch einen Wunsch. Hinunter zum Wasserfall, um all das Puder, all den Schein von sich zu waschen, diese Hülle des Stadtmädchens von sich zu waschen, die sie umgab. Sie tat einen Schritt und als ihr nackter Fuß den Boden berührte, da wurde das Moos an dieser Stelle wieder grün. Sofort sprossen kleine Keimlinge zwischen ihren Zehen hervor. Überrascht zog sie den Fuß zurück, aber die grüne Stelle blieb. Vorsichtig tat sie einen weiteren Schritt und auch hier begann alles zu sprießen. Mit jedem Schritt, den sie ging, kam neues Leben in den Wald zurück. Efeu rangte sich nun an den Baumstämmen hinauf, deren Knospen sofort aufsprangen und frisches, grünes Laub entfalteten. Lea jauchzte erleichtert auf. Dann lief sie los. Sie jagte, so schnell sie ihre Füße trugen, durch den Wald, von Baumriese zu Baumriese und beobachtete, wie um sie herum das Leben begann, von neuem zu erblühen. Als sie das Flussufer erreichte, erstarrte sie noch mal vor Schreck. Das Wasser war grau und trübe und kein einziger Fisch war zu sehen. Trotzdem nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, nahm Anlauf und sprang vom höchsten Felsen in den toten Fluss hinein. Wie ein Pfeil zischte sie durch das Wasser und wie sie die Augen öffnete, sah sie, dass alles um sie herum immer klarer wurde. Als sie auftauchte, um Luft zu holen, spürte sie bereits wieder das vertraute Kitzeln der Fische an ihren Beinen, die nun in Scharen um sie herum huschten. Mit kräftigen Schlägen schwamm sie zum Wasserfall hinüber und stellte sich darunter. Es tat gut, wie die Wassermassen auf sie niederprasselten und alles von ihr abwuschen. Als sie aus dem Wasser hervortrat, stand mit einem Mal eine wunderschöne Frau am Ufer, die Lea mit sanftem Blick und einem freundlichen Lächeln die Hand entgegenstreckte. Eine goldene Aura umgab sie und sie strahlte so warm wie das Licht der Sonne. Es war Mutter Erde. Noch nie hatte sie sich Lea gezeigt. Sie war stets nur die gute Stimme gewesen, die durch die Baumwipfel hallte und über sie wachte. Sie winkte Lea zu sich heran und streifte ihr wortlos ein leuchtend grünes Kleid über, das schimmerte wie Schmetterlingsflügel und fühlte sich ebenso leicht an. Lea atmete erleichtert auf. Mutter Erde schloss sie sanft in ihre Arme. Oh Lea, mein liebes Kind, dass ich dich endlich wiederhabe. Wärme durchströmte Leas Körper. Noch nie hatte sie sich so geborgen und geliebt gefühlt. Es tut mir leid, Mutter Erde. Ich hätte dich niemals verlassen sollen. Ich hatte es mir so schön ausgemalt, ein Leben unter den Menschen, mit Freunden, die so sind wie ich. Aber ich bin einfach nicht so wie die anderen. Und ich will auch niemals so werden. Mutter Erde strich ihr sanft über das Haar. Plötzlich hörten sie Hufgetrappel und ein Rufen schallte durch den Wald. Nur wenige Augenblicke später tauchten Mona und Ina vor ihnen auf und Mutter Erde verschwand, noch bevor die beiden Mädchen einen Blick auf sie erhaschen konnten. Als sie Lea sahen, sprangen sie aufgeregt von ihren Pferden. Da bist du ja! Wir haben uns solche Sorgen gemacht! Mona stürmte erleichtert auf Lea zu und fiel ihr um den Hals. Los, komm mit nach Hause! Lea schaute sie traurig an. Das hier ist mein Zuhause. Ich kann nicht mit euch zurückgehen. Ich halte es nicht aus in der Stadt. Sie schnürt mir die Luft ab. Aber ich dachte, du bist glücklich bei uns. Wir sind doch Freundinnen geworden. Was sollen wir denn jetzt ohne dich machen? Mona traten die Tränen in die Augen. Lea nahm sie bei der Hand. Wir werden auch immer Freundinnen bleiben. Aber ich kann nur hier glücklich sein. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Diese ganzen Regeln, die Korsetts, die juckenden Frisuren und diese engen Schuhe. Macht euch das denn glücklich? Mona schniefte. Um ehrlich zu sein, ich hasse es. Dieses ständige Sticken und Singen und Tanzen. Immer alles richtig machen zu müssen. Immer bewertet zu werden. Immer die anderen Mädchen übertrumpfen zu müssen, um gesehen zu werden. Ich kann verstehen, dass du hierbleiben willst. Ich wünschte, ich könnte so frei sein wie du. Aber was spricht denn dagegen, rief Lea begeistert. Komm, zieh deine Schuhe aus. Mona tat wie ihr geheißen und streifte auch ihr Kleid ab, sodass sie nur noch in ihrem Unterrock dastand. Aber Mona, das ziemt sich nicht, rief ihre Schwester entsetzt und schaute sich um, ob auch niemand in der Nähe sei. Komm schon, Ina, mach mit. Es ist unglaublich, rief Mona entzückt, als ihre nackten Füße das weiche Moos berührten. Du wirst staunen, wie toll sich das anfühlt. Ihre Schwester sah sie angewidert an. Nein, danke. Darin krabbeln bestimmt Spinnen und alles mögliche andere Getier herum. Ich mag meine Schuhe. Mona zuckte mit den Achseln, dann fasste sie leer bei der Hand und gemeinsam sprangen die Mädchen lachend vom großen Felsen in den Fluss hinein. Sie bespritzten sich gegenseitig mit Wasser und tollten übermütig im Fluss herum. Ihr fröhliches Lachen tönte durch den Wald wie Glockenklang. Sie bemerkten gar nicht, dass zwei weitere Pferde am Flussufer auftauchten. Aber Mona, riss eine strenge Stimme sie aus ihrem Spiel. Die Mädchen erstarrten, als sie oben am Flussufer Monas Vater stehen sahen. Die Hände entrüstet in die Hüfte gestemmt. Neben ihm stand ihre Mutter, die ihm beschwichtigend die Hand auf die Schulter legte. Mona sah, wie ihr Vater zu zittern begann und machte sich auf ein regelrechtes Donnerwetter gefasst. Doch plötzlich erklang sein schallendes Gelächter. Wie siehst du denn aus? prustete er beim Anblick seiner triefend nassen Tochter. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Erleichtert atmeten alle auf. Die Mädchen kicherten und die Mutter blickte ihrem Mann erstaunt an. Und so habe ich dich noch nie gesehen, rief sie strahlend. Ach ja? Ein verschmitztes Lächeln machte sich auf seinem Gesicht breit. Dann pass mal auf! Er nahm Anlauf und landete mit einem lauten Platsch neben dem Mädchen im Wasser. Die kreischten vor Vergnügen und eine wilde Wasserschlacht begann. Der Mutter stand vor Staunen der Mund offen, aber Ina rollte genervt mit den Augen. Ihr seid so kindisch, rief sie beleidigt und wollte schon davonstampfen. Da packte ihre Mutter ihre Hand, zog sie zum Felsen hinüber und sprang hinunter, sodass auch die beiden platschend im Wasser landeten. Ina schrie überrascht auf. Na warte, das wirst du mir büßen, rief sie halb verärgert, halb belustigt. Und nun gab es kein Halten mehr. Ausgelassen tobten die fünf im Flussbett herum, bis sie sich alle völlig erschöpft und außer Puste am Ufer ins Gras fallen ließen. Nach einer Weile wurde der Vater wieder ernst. Kommt, Mädchen, sprach er und stand auf. Lass uns nach Hause gehen. Lea schüttelte vehement den Kopf. Nein, Herr Goldmann, ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, aber ich kann nicht mit Ihnen zurückgehen. Das hier ist mein Zuhause. Ich bleibe hier. Der Vater sah sie traurig, aber verständnisvoll an. Nun gut, Lea, aber wir werden dich vermissen. Die Mutter drückte Lea fest zum Abschied. Pass gut auf dich auf, meine Kleine. Vielleicht kommst du uns ja ab und zu einmal besuchen. Sie reichte ihr und Töchtern die Hände, doch Mona zögerte. Mutter, Vater, kann ich nicht auch hierbleiben? Leas Gesicht leuchtete auf und sie ergriff freudig die Hand ihrer Freundin. Dafür blickten Mutter und Vater nun traurig drein. Nur für eine Weile, fügte Mona schnell hinzu, ich möchte auch einmal erleben, wie es so ist, nicht den ganzen Tag drinnen sitzen und sich krank fühlen zu müssen, barfuß zu sein, mit den Tieren durch die Wälder zu tollen und unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Einfach frei sein. Der Vater räusperte sich und schaute betreten zu Boden. Hast du nicht auch bemerkt, dass ich hier nicht ein einziges Mal husten musste, versuchte Mona, ihn zu überzeugen. Schließlich hatte Herr Goldmann ein Einsehen. Es stimmt, ich hab dich noch nie so glücklich und unbeschwert gesehen. Der Wald scheint dir gut zu tun. Also will ich es erlauben, aber nur, wenn du versprichst, dass du sofort zurückkommst oder Lea nach mir schickst, falls du dich wieder schwächer fühlst. Mona fiel ihrem Vater dankend um den Hals. Dann blickte er hinüber zu Ina. Und was ist mit dir? Willst du uns auch abtrünnig werden? fragte er sie mit einem Zwinkern. Auf keinen Fall. Ich liebe mein Bett und meine Kleider. Ich liebe es zu sticken und jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und ich hab Spaß daran, mich für die Bälle herauszuputzen, rief Ina. Jedem das Seine. Der Vater lächelte zufrieden. Dann lebt wohl fürs Erste ihr zwei. Die Sonne ging bereits auf, als sich die Goldman-Familie auf den Heimweg machte. Lea und Mona winkten ihnen noch lange nach. Dann liefen sie freudig durch den Wald zu Leas Zuhause in der hohlen Eiche. Mona staunte nicht schlecht, als sie sah, wie sauber und gemütlich es darin war und dass die kleine Stube groß genug war für die beiden Mädchen. Obwohl es bereits hellig der Tag war, fielen sie müde ins Bett und schliefen und schliefen bis in den Nachmittag hinein. So anstrengend war ihre Nacht gewesen. Doch schließlich wachten sie auf, als es vor ihrer Stube immer lauter wurde. Als Lea hinausblickte, sah sie, dass der kleine Platz vor ihrem Zuhause vor Tieren nur so wimmelte, die alle wild durcheinander redeten und sie freudig begrüßten. Nun war endlich alles wieder beim Alten und sogar noch schöner. Lea brachte Mona die Sprache der Tiere bei und gemeinsam verbrachten sie einen wundervollen, unbeschwerten Sommer. Doch als es schließlich kälter wurde und der Winter hereinbrach, da kehrte Monas Husten zurück und eines Abends war es so schlimm, dass sie kaum noch Luft holen konnte. Schweren Herzens griff Lea nach ihrem Pelzmantel und wollte gerade hinaus stürmen, um Herrn Goldmann zu holen. Da klopfte er bereits an ihrer Türe. Hallo, Lea. Ich habe schon geahnt, dass der Winter hier draußen zu hart wird für meine kleine Mona. Darum wollte ich euch einen Vorschlag machen. Komm doch für den Winter wieder mit zu uns nach Hause. Dann hast du es warm und gemütlich und du hast genug Zeit, um lesen und schreiben zu lernen. Du könntest mit Mona gemeinsam die Bücher lesen, die dir so gefallen haben. Und im Frühling kommen wir dafür alle in den Wald. Lea lächelte verhalten. Das hört sich wunderbar an. Mutter Erde würde sich über etwas Gesellschaft bestimmt freuen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Wald noch einmal verlassen darf. Das letzte Mal habe ich großes Unglück über alle gebracht. Da ging mit einem Mal ein Rauschen durch die Zweige der alten Eiche und sie wippten zustimmend auf und ab. Geh nur, Kind, geh. Solange du im Frühjahr wiederkommst, wenn das Leben hier von Neuem erwacht, hörte sie die Stimme von Mutter Erde durch die Zweige raunen. Und so geschah es. Den Winter verbrachte Lea bei den Goldmanns und dieses Mal konnte sie die Zeit mit ihren Freunden genießen, denn sie wusste, dass sie bald wieder nach Hause zurückkehren würde. Und als endlich der Frühling kam, ging die ganze Familie in den Wald. Herr Goldmann baute eine kleine Holzhütte und da verbrachten sie fortan jeden Sommer. Es dauerte nicht lange, da taten es ihnen die anderen Stadtbewohner nach. Immer mehr kamen wieder zurück in den Wald. Dieses Mal war es Lea, die ihnen alles beibrachte, was sie für ein Leben im Wald wissen mussten. Die Menschen wurden wieder ruhiger und zufriedener und fühlten sich befreit. Mutter Erde war so glücklich wie zuvor. Die Ordnung war wieder hergestellt. Der Wald wuchs und gedieh und wurde mit jedem Jahr größer. Schaut doch einmal vorbei, wenn ihr Lust habt. Ein besonders schönes Häuschen halte ich stets für euch frei.